Ja, Moin Moin und Willkommen zu einer weiteren Folge hier im Feuerwehr Simulator, nein im Leitschein Spiel natürlich. Ja, hat Moki. Einsätze. Und zwar irgendwie so, ja, also mir ist aufgefallen, denn es fehlt Polizei. Vorne und hinten. Allerdings aber auch Notärzte. Ja, so und THW fehlt auch. Also ich meine, also die beiden Bandwandel-Baumarkt-Explosionen, mir fehlt THW. Und zwar rauf und runter. Ja, auf jeden Fall, wir sind dabei und machen Einsätze, damit wir dann relativ zügig Braunschweig ausgebaut bekommen. Brauchen wir zwar keine Notaus- und Rettungsdienst, aber es ist egal, ist mir jetzt wurscht. So, hier werden wir dann auch den Plizei-Hubschrauber brauchen, denke ich mal. Ach, bitte lass das nicht zur Gasexplosion werden. Bitte nicht. Nee. Ja, auf jeden Fall, äh, gut. Geht relativ gut voran heute. Ja. Äh, so. Wir können ja mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn wir Braunschweig fertig haben. Wurde jetzt an mich herangetragen, ob es denn nicht besser wäre, Richtung Hannover sich auszubauen. Ja, habe ich hin und her überlegt. Ich meine, Wolfsburg ist jetzt ja nicht so groß. Ja, das ist eigentlich eine relativ gute Frage. Also ich, ich meine, wenn man jetzt aber auch in dem Moment wieder sagt, Wolfsburg, dann müsste man Helmstedt dazu nehmen, weil das ist ein Leitstellenkreis. Also von daher, ja, also ich würde wahrscheinlich sagen, Richtung Hannover. Ich meine, dort haben wir mehr Möglichkeiten und dann könnten wir uns sogar aussuchen nach oben, nach unten. Und das weiß ich nicht mehr. Ich meine, das würde sowieso alles dauern. Also da werden wir das Ganze nächstes Jahr über beschäftigt sein, denke ich. Ähm. Weil wir müssen ja auch noch dann den ganzen anderen Rest ausbauen, ähm, brauchen das nötige Personal, wir brauchen die Fahrzeuge, wir brauchen die Lehrgänge. Und weiß der Geier nicht alles, ne? Also das wird alles nur seine Zeit dauern. Aber ich bin da relativ, relativ guten Glaubens, dass wir das auch ohne Probleme dann hinbekommen werden. Ist ja im Prinzip einfach nur eine Frage der Zeit. Hier werden wir dann auch wieder das THW benötigen. Ja. Sprechwunsch. Diese THW-Einsätze, also, ah, ich meine, ist ja auch schön, aber, ah, so viele Einsätze. Ich meine, gut, ich werde jetzt in Ruhe gelassen von Polizeihubschrauber einsetzen, aber irgendwas ist ja immer, ne? Ich meine, mehr als warten können wir nicht. So, hier brauchen wir einen einzigen Unartschaftszug, also eine, ein Drittel schafft. Sprechwunsch. 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 Ähm. Das. Ja, gut. Ich habe dann vorhin die DLAG in Braunschweig mit so ein paar Fahrzeugen versehen. Also, da habe ich jetzt, äh, die restlichen fehlenden KTWs dazu gestellt, den RTW und weiß ja gar nicht alles. Ähm, das heißt, wir sind hier den Braunschweig auch schon mal wieder ein bisschen besser abgesichert, was die Rettungsdienstversorgung angeht. Und, ähm, ja, da müssen wir jetzt halt natürlich noch die nötigen Ausbildungen, ähm, durchlaufen, sobald da die nötigen, ähm, schulen auch frei sind. Und so, jetzt fehlt uns schon wieder Polizei und zwar an jeder Ecke und, ja, an jeder Ecke und Straße. Ja, und dann, ich glaube, ich habe auch nochmal einen Streifenwagen dazu geholt. Ähm, der eine, den habe ich jetzt zum Beispiel in einer schwarzen E-Klasse hingestellt. Und, warum auch nicht. Man muss ja nicht immer das Gleiche haben. Was ich mir wünschen würde, ist, wenn irgendwer sich da so ein kleines Herz nehmen würde. Und Motorradstreifen machen würde. Das ist ja cool. Hier, der Blickst du, blitzst du, blitzst du nicht, du. Streifenwunsch. Moment, ihr habt doch extra Sprechwunsch. Sprechwunsch. Blitzst du viel gemacht, so, warte mal hier, das fahren. Ähm, Sprechwunsch. Sprechwunsch, Kraftwagen. Ja, das kann auch die Hände. Ja, los, komm, lass uns den grünen nehmen. Sprechwunsch. Das ist ganz, Alter, das ist ja eigentlich ein Reservefahrzeug. Jawoll. Interessanterweise, jetzt blitzt's. Ja, es ist nicht zu glauben. Ja, ich schalte mal wieder die Bremse, weil uns fehlen E-Fahrzeuge, also brauchen wir auch hier nicht weiter ein Sitz auflaufen. Dann kann man jetzt eigentlich ganz in Ruhe abarbeiten. Ja. Wir können ja mal neu laden. Ja, ich bin ein bisschen überfordert. Ein bisschen, ein bisschen. Sprechwunsch. Ja, unser vornehmlichstes Ziel sollte wirklich sein, dass wir jetzt Feuerwehrwachen bauen. Zwischendurch, ja, müssen wir mal gucken. Beziehungsweise, ich hatte ja gesagt, den zweiten Polizeiobschrauber, aber das hält sich ja noch in Grenzen. Also, dann lieber weiter ausbauen, größer werden. Das macht dann doch ein bisschen mehr Sinn. Ja, ich habe auch geguckt, die Polizeidärgänge, die sind dann so knapp zwei Tagen fertig. Das heißt, wir haben dann auch ein funktionierendes SEK. Das ist natürlich dann richtig schön. Ja, ich weiß gar nicht. Können wir dann hier eigentlich so ohne weiteres... M-E-K. Sprechwunsch. Ja, das ist eine gute Frage. Mal drüber nachdenken, ob wir da dann noch irgendwas bauen. Sprechwunsch. 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 Ich wurde gestern gefragt, was für Skripte ich hier nutze. Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Wir haben hier einmal... Die. Und zwar nur die, die... ...grünen sind. Das ist ganz einfach. So. Und der Rest. Das ist hier drin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Ja, das muss jeder für sich selber rumspielen, rumspielerei. Das hier läuft über... ...Wissen ist... ...Temper Markey. Genau. Dann haben wir hier noch was haben wir noch. Fenders LSS Skripte. Ja, das ist so ein bisschen... Also hier ist jetzt eigentlich nichts dabei, was... ...dringlich auch drin ist. Sprechwunsch. Was ist das? Na gut, Proxy Typ ist was anderes. Ähm... Ja, ich kann das nicht richtig sehen, weil hier der, äh... ...die, die, 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 die Dingsanzeige drüber ist. Meine... ...Aufnahmeanzeige. Ja, und, ach ja, äh... Sprechwunsch. Ich hatte ja auch bestellt. Ne, die, äh... Sprechwunsch. Fondue-Fritöse? Sprechwunsch. Ähm... Auf jeden Fall... Oh, statt Mittwoch. Ne, äh... 14 Uhr, wo ich aus dem Bett geklingelt habe. Sauber. Also da sind die wirklich schnell von Amazonien. Und ja, ich betone das. Was, ich habe bei Amazon bestellt. Nicht bei Amazon. Amazon. Ey, deutscher. Spreche das deutsch aus. Hm? Ich will ja nicht wirklich alles verenglischen. So, über 600.000 haben wir schon wieder. Das ist schön. Ei, leid jetzt. Mein Verschönen. Sprechwunsch. So, wir haben hier mal weiter. Sprechwunsch. Nehmen wir den... Nächsten. Zack, zack, zack. Sagt, danke, die Tagesstatistik habe ich mir nicht selber noch gar nicht reingeguckt. Ja, aha. Ah, hat was schon schlechter. So, habt ihr hier? Nichts Tolles. Und ein Rüttüffel. Schön. Ich meine, weil da ausgesehen... Es würde ja Sinn machen, wenn man hier so 2, 3 GW Öl braucht. Aber Sprechwunsch. Lösch. Da könnte man sagen, hier kommen zwei Streifenwagen. 2, 3 GW Öl und auf und weißer MTV. Das wäre aber eigentlich was sinnvoller. Oder nicht. Ich weiß nicht. Hm, was geht's? Wo macht ihr hier, ne? Ja, ist das. Das ist aber ja nichts. Uns ist ja nichts gut. LKW auch. 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 Ha, 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 ha. Herrlich. Das ist allerbest. Ich bin wieder aufgehängt. Oh, ich hasse das. Ja, dann schmeiß mal den anderen an. So. Juh, und dann warten wir mal. Nee. Inzwischen soll trinken ich noch mal was. Ich schenke mir noch mal ein. Ja. Ja, mal gucken, wie das vielleicht habe ich... Äh, nee. Also, ich habe da was im Hinterkopf. Ähm, mache ich aber davon abhängig, wie das wegen WoW aussieht. Ob ja oder nein. Ne, und, äh, wenn das entschieden ist. Also, sagen wir es mal so. Wenn von euch nichts anderes kommt, bis, sagen wir mal, Freitag. Also, ne, wenn jetzt in der Donnerstagfolge nichts kommentiert wird bezüglich WoW. Also, ne, in der, 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 also alles hier. So, wenn da nichts kommuniziert wird wie WoW, werden wir WoW angehen. Sprich, wenn gar nichts kommt. Dann werden wir es machen. Ja, das sage ich nur mal so vorweg. So. Damit das... Ja. Weißt du, immer wieder was zu tun. Und vor allem, ach, da kann man, da kann man so gut quatschen. Und vor allem, da kann man so viel zeigen. Also, was heißt zeigen? Also, ich meine, die meisten kennen es ja wahrscheinlich. Aber viele kennen es halt auch nicht. Wenn wir ganz in Ruhe das angehen. Ja. 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 Und dann, ja, in Monaten drauf, also ich denke mal, so wie Januar, werde ich dann wieder mal, werde ich dann mal wieder vermehrt in den PC investieren. Mal gucken, ich bin nur so auf Versuche nach einem, ich sag mal, guten, günstigen Mikro. Äh, nicht so weit, was ich jetzt hier habe, sondern 10 Euro gedöhnt. Das ist halt... Nichts, also nichts ganzes. Ich meine, es erfüllt seinen Zweck, aber das war es dann auch. Deswegen, da wird dann PC-technisch als nächstes rein investiert. Und alles weitere sehen wir dann, naja, ich sag mal, danach wird dann definitiv, äh, Grafikkarte dran sein müssen. Na, da... Ist nichts anderes. Ach, ich finde das schön mit einem grünen Streifenwagen. Können wir noch mal gucken. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Ein älteres, grünes. Wir werden noch mal bei Führungskraftwagen gucken. Ich würde da sogar, sogar ein BMW nehmen. Wie steht denn, guck mal, ja, mal in den blau. Ich will irgendwas, ich will noch irgendwas im grünen. Ja, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Der in Blitze blinkt Licht. Will ich haben. Ja. Ähm, ein Amarok. Auch nicht verkehrt. Ja, das ist ja in der normalen Gruß. Vielleicht noch unter Gefängniskraftwagen. Ist hier noch was drin. Wenn das so eine Zeichnung ist, das wäre cool. Wobei der natürlich in dem Moment auch nur, ähm, keine Bundespolizei. Das wäre ja nur Dings gewesen. Der in Blitze nicht wäre auch cool. Naja, gut, okay. Ähm, ja. Wir sind am Ende der Folge. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann morgen. Ja. Ähm, bis dahin. Tschüss.